Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Wir haben einen neuen Zauber bekommen, nämlich Visionen schicken. Das heißt, wenn wir Gegenstände von einer anderen Person haben, können wir mit diesem Gegenstand wohl Kontakt mit ihm aufnehmen. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über drei Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über drei Visionen? Ja, richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese drei Dinge unweigerlich zusammendenken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Hm. So. Junge Amazon. Und du. Ich glaube, das nicht. Ach so, rach war. Ups. Furchtbarkeit. Wasserfall. Lagerfeuer zusammen. Keine Ahnung. Alle glück zulasch, Asafscha. Sei still. Hm. Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Asafscha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Verkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Hm. Stofffetzen, Amazon. Soll ich das echt machen? Dann kann er aber nicht mehr mit dir quatschen. Oh. Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Den Fetzen könnte ich vielleicht nochmal gebrauchen. Aber was soll denn bitteschön hier... Ihr hakt Ups flücken? Hm. Okay. Versuchen wir es nochmal. Oder ich muss sie wohlstimmen. Genau. Umgekehrt. Weil man ihn nicht wohlstimmen kann. Soll es. Soll es. Hm. Schien also auch falsch gewesen zu sein. Tja. Das wird dann wieder Trial and Error, weil ich nicht erkenne... ...was davon das Positive ist. Vielleicht muss ich es... Ah ne. Es geht ja nicht so. Vielleicht Amazonenschild. Statt hier. schon los. Hm. Schon los ist falsch. Okay. Tja. Das artet wieder in Trial and Error aus. Aber was soll ich machen? So. Euch zwei brauche ich. Ich muss ihn gar nicht anwählen. Schon los. Was sagt denn da hier? Gucken wir uns nochmal die Bilder an. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Da steht ein Mann mit einem Speer. Das Bild eines Drachten. Zwei Männer jagen irgendein Un... Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Das ist also friedvoll am Feuer. Das müsste es doch eigentlich sein. Ein Waffel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Das klingt doch gut. Und hier haben wir... Ihr wollt diesen Kriegsgewe... Nein. Nein, ich wollte es mir an... Auf dem Schild ist ein großer, flammender Löwe ein... Das Zeichen der Göt... Und den Wasserfall kann ich mich angucken. Rachwan hat ihr erst das Pferd aufges... Ich kann mir nur vor... Also war der Einfall mit dem Lagerfeuer schon richtig. Wieso klappt das da nicht? Schon los. Ich hoffe, der Lagerfeuer ist richtig. Schon los. Hm. Vielleicht muss ich auch was anderes nehmen. Gar nicht ihn anwählen. Okay. Schick look. Tja, ich bin mal wieder überfragt. Das ist ja echt ein reines... Ein Stück vom Umhacken. Ah, ich muss vielleicht sie jetzt machen, weil ich von ihr was habe. Okay. Ja, dann... Ihn... Ah, genau. Ich muss mit ihr was machen. Sie muss besser gestimmt sein. Freundschaft. Hm. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Hm, lass ihn frei. Das hat auf jeden Fall schon was gebracht. Ich kann ihn wohl nicht dazu bringen, zu helfen. Deswegen habe ich den Stofffetzen. Und dann würde ich sagen... Mann. Frau. Wo kommen all diese seltsamen Gedanken? Hm. Das war schon mal falsch. Hm. Also doch, das Ronda ist schon mal richtig. Und den Ferkina? Ja. 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 Ups, der Mann, der, ups, von einem Baum pflückt. Hier ist der Apfel. Pflück ihn vom Baum. Lass ihn ab. Oh, warum geht sie da hin? Was ist mit dir? Ich, ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Tja. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Den würde ich nicht mehr trauen. Aber wird Ronda gefallen, was ich gerade getan habe? Da bin ich mir auch nicht sicher. Die erste Etappe wäre geschafft. Für die nächste bräuchte ich jemanden, der sich hier auskennt. Und leider kenne ich da nur einen. Okay, dann lassen wir ihn mal frei. Ah, wir haben unseren Rubin wieder. Sehr gut. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Na toll. Oh, zu Stein gemacht. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es... Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte nur, um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, sie sind Stein. Ich schieb dir recht. Ah, wir sind wieder bei Gnade. Der Händler ist da. Fahim, oder wie hieß er? Ah, sehr gut. Du bist wach? Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen. Als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert zu leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht. Was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Hm. Was ist mit dem Baumdämon passiert? Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt. Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswahl-Szene, die du eben gesehen hast. Bei Unruhlen, nicht wahr? Das arme Mädchen. Ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Ja. Ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Toll. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabeus. So herrscht der Skarabeus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Denn wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Hm. Der Rubin ist der Skarabeus. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Hm. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Dragonia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Dragonia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden. Und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weiter gehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Hm. Irgendwie vertraue ich dem nicht. Ah. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf. Wir haben ihn. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er. Verdammt. Wo ist er hin? Au. Mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Rashtoolswall. Von Drachen erbaut. Eulrich Bodiacs Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtiger ein Held, oder? Nein. Lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Ja, also ihr hört nicht auf ihn. Akt 5, äh 4. Und... Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Hm. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... So, bevor wir aber hier wieder versuchen, sie wieder zum Fliegen zu bringen, machen wir wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin. Amen. Vielen Dank.